Wenn eure Klimaanlage nicht mehr richtig kühlt, ist in vielen Fällen nicht mehr genug Druck im System. Die Fachwerkstatt kann das Klimasystem mit einem speziellen Klimagerät neu befüllen. Zufällig bin ich über einen Shop gestoßen, der Kartuschen zum selber befüllen verkauft. Weil dies vielleicht für den einen oder anderen interessant sein könnte, wollte ich hier meine Erfahrungen mit euch teilen. Es handelt sich hierbei nicht um eine explizite Empfehlung und man muss sich bewusst sein, dass die hier gezeigte Methode zum Befüllen der Klimaanlage sehr unpräzise ist und somit nur angewandt werden sollte, wenn Geld sparen die höchste Priorität hat. Unser erster Versuch erfolgte bei einem E90. Dieser wurde vor einem Jahr neu befüllt wegen einer fiebenden Klimaanlage. Das Geräusch war danach auch weg, allerdings nur für zwei bis drei Monate, weswegen eine Undichtigkeit vermutet wurde. Der Shop verkauft neben Nachfüllkartuschen auch noch Dichtkartuschen. Deswegen haben wir eine solche ausprobiert, um zu sehen, ob das Geräusch damit längerfristig behoben werden kann. Die Prozedur ist relativ einfach. Es gibt zwei Anschlüsse im Motorraum. Der mitgelieferte Schlauch passt nur auf einen. Dieser ist näher an der Fahrgastzelle. Dann schraubt man den Druckhahn komplett heraus und die Kartusche ein und verbindet dann den Schlauch mit dem Ventil des Fahrzeugs. Nun wird erstmal ein unplausibel hoher Druck angezeigt. Deswegen sollte man als nächstes den Motor starten, Umluft aktivieren, Lüftung auf Maximum und Temperatur auf Minimum. Die Klimaanlage natürlich aktivieren. Der nun angezeigte Druck ist der plausible Druck des Systems. Er sollte laut Hersteller des Kartuschensystems zwischen 25 und 45 PSI liegen. In diesem Fall lag er mit 30 gerade über dem Minimum. Um den Befüllvorgang zu starten, sollte man den Hahn komplett hereindrehen und dann eine halbe Drehung heraus. Wenn der Druck zu hoch wird, den Hahn sofort zudrehen. Die Kartusche ist leer, wenn die Nadel aufhört zu zittern. Nach dem Einsatz der Dichtkartusche war das System auf etwa 45 PSI. Deswegen haben wir von dem Einsatz der Nachfüllkartusche abgesehen. Das Fazit für den E90 ist allerdings, das Fiepen ist unverändert. Ob der Druck über die nächsten Monate konstant bleibt, werde ich berichten. Für die Nachfüllkartusche haben wir uns dann ein anderes Opfer gesucht. Ein E46, dessen Klimaanlage nicht mehr gekühlt hat. Die Prozedur ist hier identisch. Nach dem Anschließen dann die Überraschung. Das Klimasystem zeigt mit 38 PSI fast das Optimum an. Wir haben uns dann entschieden, die Kartusche dennoch einzusetzen. Und interessanterweise ging die gesamte Kartusche in das System, ohne dass der Druck nennenswert gestiegen ist. Am Ende des Nachfüllvorgangs war der Druck dann etwa bei 43 PSI. Und interessanterweise war wieder eine Kühlleistung vorhanden. Das vorläufige Fazit zu dieser Methode ist also, es handelt sich hier um eine Pi mal Daumen Reparatur mit ungewissem Ausgang. Für Fahrzeuge mit niedrigem Restwert oder für Leute mit experimentierter Rang sicherlich eine Überlegung wert. Vielleicht hat es einer von euch schon mal ausprobiert und kann etwas dazu berichten. So oder so, vielleicht für einen oder den anderen von euch interessant. Und auch ich werde vielleicht bei älteren Fahrzeugen mal wieder darauf zurückgreifen. Bezüglich des E90s werde ich in ein paar Monaten ein Update posten. Danke fürs Zusehen und ciao und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und ciao.